endlich bin ich im gasthaus zum freundlichen arm in sicherheit mein nächster schritt sollte darin bestehen gorions freunde karlit und jahre zu finden und mich ihnen vorzustellen ist ja gerade irgendwie so aus wie er was was wir schon gelesen hätten aber nein sie können mir rat geben was ich jetzt tun soll wird auch schon tavernengeräusche und das ist auch wieder hell wollen wir doch gleich mal den weg zug rücke dürfen einfach so reinkommen herzlich willkommen im freundlichen arm ihr kennt die verhaltensregeln hier regeln was für regeln ich weiß welche regeln meinen zwecken dienen und welche nicht ich werde die regeln befolgen die der situation angemessen sind im freundlichen arm wird alles mit gesunden menschen verstand entschieden wir fragen mal nach den regeln nun ja regeln mag ein wenig zu offiziell klingen es ist ein ungeschriebenes aber allgemein anerkanntes gesetz dass man sich hier drinnen zu allen anderen gästen ausgesprochen zivilisiert verhält nun dies hier ist neutraler boden und sämtlicher groll ist am eingang abzulegen wenn es ärger gibt fliegt ihr raus ich wünsche euch viel spaß danke sagt er ich hätte zu haben gehen sollen ok dasselbe wir hatten sagen wir doch mal das dritte gesunder menschenverstand dann ist ja gut viel spaß hier ja eigentlich sollten wir gar nicht mit ihm sprechen sondern hier mit jemanden sehr charismatisch genau ich glaube das ist besser wie will hat sie 16 eigentlich wollte ich mich jetzt gucken hey ich hab 13 so weil ich immer ich klicke immer mit links mit rechts statt mit links deswegen ok der hat nur 10 wundert mich gar nicht 16 13 9 also eigentlich immer in gesellschaft so soziale kontakte sollten sie vielleicht lieber erst mal spielen lassen ja wir gucken jetzt erstmal hier drinnen um und wenn man dann wissen was los ist dann kann man ja noch außenrum aber machen oder aufdecken da steht schon jemand ja auch mir ist nicht danach mit euch zu reden diese verdammten räuber haben einen mann auf dem gebissen in den neuen hellen sollen sie schmoren alle miteinander leider haben wir keine räuber gefunden muss man glaubt hier gucken eine räuberplage von der haben wir schon gehört ja mehren an mancher orte wollte ich eigentlich eher so sagen und wer steht hier würde so ein adle halt 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 wollte doch mit ihr sprechen sie soll doch die sein die hier kontakte knüpft aber der läuft immer weg zum teufel mein flug ist verbraucht zerbrochen nur so es wäre über nacht völlig durchgerostet wie soll man denn da vernünftig arbeiten aha eisen knappheit beziehungsweise ich habe schon gesehen hier die waffen gehen ziemlich schnell kaputt und dann steht da dran dass das eisen minderwertig ist wie soll man denn da vernünftig arbeiten geschweige denn seinen lebensunterhalt verdienen wir sollen wie soll ich die preise niedrig halten wenn ich alles per hand bepflanzen muss okay also der sagt auch dass qualität das eisen ist hat eine sehr schlechte qualität und hier kann ich euch kann mal zeigen ob man hier zerbrochen und wenn man das anklickt steht hier die eisen krise die die schwertküste heim sucht kennt anscheinend kein erbarmen diese einst so kostbare waffe liegt nun als ein haufen metallscherben vor euch aber wenn sie mal kostbar war dann wurde sie ja wohl hergestellt bevor die eisen krise ein problem war oder so und die frau okay es spricht immer der der ganz vorne ist dann entschuldigt aber ich glaube dass sie auf eine beschreibung passt die man mir gegeben hat heißt ihr vielleicht anja wins braut das ist natürlich die frage ob ich gesucht werde da hinten sitzt schon einer der so aussieht das würde sich gleich auf mich stürzen ich glaube ich habe mich mit jemand verwechselt oder tut es mir leid mit dem haben wir ja schon gesprochen guck mal der da er sieht so verdächtig aus ein wächter innerhalb der mauern des freundlichen arms gibt es keine kämpfe oder die gebereien all jene die es dennoch versuchen werden nach dem härtesten gesetz der grenze bestraft wo dann darf ich hier gar nichts stibitzeln aber die reden natürlich nicht mit uns die sagen nicht mal aber ihnen habe ich schon mit ihm schon geredet schon ohne fremdliche genug ärger am hals wenn ich mit jemand reden möchte dann komme ich als erstes zu euch im moment im moment möchte ich einfach nur meine hunger haben aber den braunen da den haben wir gesprochen so lange nicht eine runde schmeißt lasst ihr mich besser in ruh das ist dann halt immer so random zeug aus die sagen nichts spezielles und der grüne wo sind wir denn da tempel der weisheit ist ja mal ein tempel hier mein vater kann sein bauernhof nicht mehr bewirtschaften nacheinander gehen alle seine werkzeuge kaputt und ersatz ist fast nicht mehr zu bezahlen wenn wir vor der ernte kein gut keine guten eisenerz vorräte haben wird das getreide auf den feldern verrotten mit bloßen händen kann man das land nicht bewirtschaften ja das kann gut sein ist auch nur ein wächter hier ja jeder die hier so beruf stehen den ecken stehen er kommen wir gucken einen tempel ist eine tür und da ich glaube da kommen wir in den gleichen für ein paar ehrwürdige münchen kann ich euch heilen falls ihr das wünscht wir wollen uns eigentlich nur umsehen und außen sieht er größer aus oder hier kommt man jetzt kein eingang und hier geht es auch nicht raus es gibt nur die eine tür also muss dieser nebeneingang noch irgendwo anders hin führen oder interessante bauweise es ist tatsächlich noch hier irgendwie so eine ecke hier ist auch schon irgendwie gar nichts was man wo man rein gucken kann wenn ihr die berein verboten sind dann erlauben wir es den spielern schon gar nicht was war denn da was ist das was ist das das ist eine komische vorwärts keine ahnung oder will euch einer was von uns ternisch hallo freundin aber ich habe mich hier noch nie gesehen was führt euch in den freundlichen arm wir sind erschöpfte reisende auf dem such auf der suche nach einem platz zum ausruhen wenn ein paar freunde treffen nicht euer freundin wir sind einfach nur reisende entschuldigt bitte meine direkter dabei ihr seht aus wie eine die ich schon länger suche welche größe gleicher kleidungsstil oder jedenfalls ungefähr ich würde sogar sagen ihr gleicht ihr wie ein einem anderen kommt ihr jetzt vielleicht in richtung und richtung kerzenburg ich war vor kurzem dort ja ich könnte schon mal dort gewesen sein wieso fragt ihr kerzenburg nie gehört ne ich sag mal so vielleicht war ich da schon mal ach nur so ich suche jemand aus der gegend heißt ihr zufällig anja winzbraut so einfach mal ja sagen ich könnte mir aber vorstellen dass der uns dann verkloppt vielleicht weil die natürlich überall ihre schergen jetzt stehen haben das soll man mal probieren ja komm sehr gut dann seid ihr wirklich die die ich suche ein moment noch ja wusste ich doch war ja so klar die wollen nämlich nur sich mit uns anlegen hilft er uns jetzt der wächter mein kämpfe hier drin ein weiterer fremder hat versucht mich zu töten dieses mal im freundlichen arm er schickt all diese enttäter eine wache hilft uns der ist aber sehr stabil warte mal wie karsten noch mal gar nicht schlecht nein ach hätte der nicht einen schlag später sterben können wobei mir der eigentlich ziemlich wurscht ist der könnte eigentlich tot bleiben wie gemein wir nehmen seine sachen und gut bin ich gar nicht so pralle naja wir laden noch mal wir laden noch mal da müssen wir aber noch mal glaube ich ja alles angucken denn wir stehen hier ok aber da können wir schnell durch durchflitzen nein wir stehen tatsächlich am anfang aber es war ja niemand da der irgendwie was besonders geredet hat oder warte mal wir könnten mit ihr sprechen ja mein freund ihr seid doch nicht etwas nashkel oder will es euch nicht geraten haben mit denen treiben wir keinen handel mehr das reisen aus der mine dort ist verdorben taugt nicht mehr als papier ok das ähm da hätten wir jetzt eine neue ein neues gerücht oder eine neue info wenigstens und der sagt sogar was anderes guck mal die sagen wirklich so random infos er hat doch das mit dem flug gesagt ich hatte einen freund er hat einen von diesen oberklugen magiern gefragt warum sie nicht einfach riesige eisenwände in der luft herbeizaubern der magier hat ihm in die augen gesehen und ihn gefragt ob er sich sicher fühlen würde wenn die wache rüstungen und waffen trügel die mit einem fingerschnippen weggezaubert werden könnten ich hasse zauberei ich habe mich nervös naja du bist ja doof du bist ja ok jetzt laufen wir noch einmal rum das geht ja schnell da war ja jetzt niemand dabei außer ihr glaube ich war die nicht also eine die auch wissen wollte wie wir heißen wir fragen einfach noch mal jeden vielleicht immer auch noch mal neue infos ich bin ganz ohr das hat man glaube auch noch nicht wenn die eisenlieferungen nicht eintreffen können die bauern bald nicht mehr säen die schmiede nicht mehr schmieden und irgendwann besitzt eine armee nur noch keulen und knüppel solche schwierigkeiten macht ein land wer los oh nein wer hier reisen die wie ihr seid die einzigen die in die stadt gekommen sind seitdem der ärger begonnen hat wagen sich nicht mehr viele auf die straße wir haben im letzten monat gerade mal zehn neue gesichter gesehen dafür haben wir leider eine menge leichen gefunden oh nein laufen noch mal durch den durch die grünen weide damit wir die mauer auch schön damit dabei haben also diesmal wir dürfen echt niemanden der daher gelaufen ist unseren namen sagen weil sonst wäre mal angefallen als räuber jetzt mehr geld zu verdienen als in der mine von nashkal so viel steht fest bestimmt auch ungefährlicher so wie sich das anhört warum ist denn die mine so gefährlich wenn man den ganzen geschichten glauben würde dann säße da ganz unten der könig der neuen höllen persönlich und raucht eine pfeife damit es schön gemütlich wird um ehrlich zu sein weiß ich auch nicht was sich da unten alles tut aber viele von denen die in dieser höhle arbeiten haben nicht wieder ans tageslicht zurück ach ich fürchte wir müssen da auch noch hin ich würde mich nicht wundern okay der wollte nicht reden da wollten wir noch rein machen wir noch mal kurz weil wir das ja schön erkundet hatten was haben die denn für heilmittel vielleicht sogar günstiger wir könnten eigentlich noch mal fünf rein werfen besuchen wir mal zehn rein werfen hier kommen wir mal zehn immer noch nicht genug was 20 heiltränke kosten 106 oder haben nein ein heiltrank hätte mich jetzt schon gewundert er hat sie haben 20 vorrätig und eine heiltrank hat er hat aber in kerzenburg hat er nur 50 gekostet nur in anführungsstrichen aber da haben wir ja auch gehört dass es da günstiger ist so verkaufen können wir ja auch nichts weil er keine waffen nimmt müssen wir mal gucken aber nachher noch diese ganzen waffen kopfstier verkaufen können gegen gift formel stein zu fleisch aber die kann ich ihn nicht oder kann jeder beseitigt ach das ist so eine scroll die kann man nur einmal benutzen und nicht lernen dann brauche ich hier nichts tatsächlich nicht erinnert mich an die die musik von never winter nights da war jetzt auch so eine so eine musike ne komm geht mal hier vorne vorbei jetzt sind wir da wieder wo wir vorhin waren und jetzt lassen wir aber nicht uns nicht mehr fertig machen hier er kommt doch schon wieder an ja wir sind erschöpfte reisende gerstenburg wo soll es sein ich könnte mal dort gewesen sein den habe ich noch nie gehört tut mir leid ach wirklich erlaubt mir dass ich anderer meinung bin ihr passt auf die beschreibung deswegen kann ich mit vorgrund recht annehmen dass ihr die seid die ich suche geht nicht weg ich hab was für euch also wir müssen mit dem auf alle fälle kämpfen egal was sie sagen weil er einfach weiß wie wir aussehen im zweifelsfall müssen wir halt so lang kämpfen bis wir den einmal geschafft haben also die wache wäre wenigstens auch wieder da gut dann lassen wir ihn noch mal casten weil er richtig cool ist hier so oh ja 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 guck mal jetzt hat er schon ah jetzt ist aber schnell umgefallen ja danke oh und er hat ganz viele sprüche dabei und ein brief einen Stab vielleicht wäre der ja für ihn hier gar nicht schlecht dann soll den mal nehmen anderen sachen hätte ich gerne haben wir nichts besseres zu tun mhm okay die können das natürlich alle nicht er könnte es will ich sie ihm geben ja komm heb mal auf erstmal und ich nehme den Zettel und dann lesen wir den mal Kopfgeld ausgesetzt wer böses im Schilde führt sei informiert dass auf Anja Winsbraut das Ziehkind von Goryon ein Kopfgeld ausgesetzt wurde Anja Winsbraut wurde zuletzt im Raum Kerzenburg gesehen und muss schleunigst beseitigt werden wer mir einen Beweis für seine Tat zurückkehrt mit einem Beweis wird mit nicht weniger als 200 Goldmünzen belohnt wie immer gilt wer diese Pläne den Hütern des Gesetzes zuträgt wird das Schicksal des Ziels teilen so so ich werde gesucht mhm und diesmal sind wir sehr gut daraus hervorgegangen jetzt geht's mich was an richtig was wollt ihr hier lang ich hoffe das bleibt der einzige Überfall ich mag mich hier nicht dauernd ähm meines Lebens erwehren müssen vor allem hier in der Zivilisation eigentlich wo vielleicht doch die Überfälle sich ein bisschen in Grenzen halten sollten hey Kollege hab keine Lust zu reden wir haben schon genug Tipps gekriegt vielleicht kriegt man nur eine bestimmte Anzahl Tipps und die anderen haben dann alle immer keine Lust irgendwas zu erzählen er hat das nämlich vorhin auch drei Leute haben was gesagt und der Rest kommen wir hier rein? oh ja und der Rest äh dann nur noch so mhm keine Lust oh ist da zugesperrt da steht gar nichts ach nein die Tür ist bloß aufgegangen da muss ich mich noch dran gewöhnen ich denke immer Türe anklicken gleich ähm reingehen oh guten Tag denn ich verschwinde jetzt ich bin ganz ohr äh ihr seid neu hier stimmt's könnte ich euch vielleicht um was bitten aber sicher gnädige Frau was habt ihr denn auf den Herzen oh was für manieren naja ich brauche ein paar ist das jetzt ironisch gemeint oder ärgerlich oder erfreut ich brauche ein paar grobe Klötze für die Arbeit also spart euch euer Bitte und Danke für die Ehenleute auf ach tatsächlich sie ärgert sich dass wir das so höflich gefragt haben in Sichtweise in Sichtweite dieses Wirtshauses haben mich ein paar Hopgoblins völlig ausgeraubt ihr sollt es ihnen jetzt heimzahlen sie haben meinen Ring gestohlen das ist alles was ich wieder haben will könnt ihr das erledigen? hm was bringt denn dabei für mich raus? äh nichts ich hab kein Geld das ich euch geben könnte immerhin bin ich gerade ausgeraubt worden oder? ihr müsst das aus reiner nächsten Liebe für mich tun hm jetzt könnte natürlich sein wenn ich jetzt sag ohne Bezahlung mach ich's nicht dass sie dann sagt na gut ach ich glaube wir werden irgendwann genug Gold haben dann machen wir's halt so ach ich danke euch die Kreaturen sind ein Stückchen nördlich vom Wirtshaus zu finden ich könnte schwören dass ich sie von den Zimmern im Obergeschoss fast sehen konnte bringt mir meinen Ring zurück und wenn ihr ihn habt wenn ihr ihn habt ihn erkennt ihr schon wenn ihr ihn seht es ist ein sehr auffälliger Flammentanzring ich soll Julia im freundlichen Arm einen Ring zurückbringen es ist ein Flammentanzring der von Bob Goblins nördlich des Gasthauses gestohlen wurde ok wir können aber auch hier gucken ob sie vielleicht sowieso ein paar Dinge hat die wir mitnehmen können äh die Frau ist arm wie ne Kirchenmaus verschlossen verschlossen hm hm kannst du das öffnen denn ich verschwinde jetzt konnte das Schloss nicht öffnen hat man mehrere Versuche nur der Check der Check gefailt ja sie hat das Schloss geöffnet tatsächlich ah sie ist doch ein bisschen reicher als sie sagte hm die ist gar nicht so arm und hier hinten im Schlafgemach oh Dusche oh nice das ist kein Schlafgemach wo lief sie denn es ist eine Wäscheleine hier quer rüber und hier ist die Badewanne war nicht schlecht in Küche oder sowas ist das hier auch ja gut hier mal wieder raus Bob Goblins weiß nicht die hab ich irgendwie so aus den ganz alten Sachen schon auch ein bisschen stärker in Erinnerung in alten Spielen können wir auch nochmal rein wer sind das wie sieht der da in die Ecke oder sagt der auch wieder bloß lass mich hier oh Gott jetzt ist es ihm peinlich dass wir gesehen haben dass wir ihn entdeckt haben ich mach mich hier bald aus dem Staub okay das ist das mit am das haben wir schon oder haben wir schon mal gehört ne die ganzen Gerüchte über am angeblich haben sie ein Heer drunten in der Skalle das gegen Baldur das Tor losschlägt hier am freundlichen Arm wollen sie uns angreifen hoffentlich bin ich schon weg wenn es so weit ist sehr gut ich mach mal da rein guunak guunak man kann nicht mal mehr sicher nach Neshkal reisen ich bin seit Wochen hier fest kann nur rumsitzen und trinken nicht dass es anderswo viel anders täte dass ich es anderswo viel anders täte aber ich hätte zumindest gerne die Wahl ja schon der Gedanke dass man nicht weg könnte obwohl man vielleicht eh nicht weggehen würde bewirkt ja oft dass man dann irgendwie hübbelig ist und es doch nicht aushält so was haben wir denn da hm im Moment im Moment schau mal was ist denn da oh ein äh ich weiß nicht irgendwie Messerchen und da witzig ja dass er halt auch noch zuguckt äh geht nicht ich glaube ich muss das Schlösser öffnen mal auf eine Taste legen oder es gibt sowieso eine Taste dafür glaube ich kann natürlich auch sein dass es einfach zu schwer ist aber ich habe jetzt nicht irgendwie eine Menge Dietrich hier die dann irgendwie alle abbrechen ne das ist in dem Spiel nicht ne da kann man einfach nur probieren glaub sie ist einfach zu schlecht wie ist es denn mit ihm ist er besser im Schlösser knacken ich mache eure Arbeit ich glaube jetzt nicht viel besser beide ein bisschen Nulpen erstmal Level Up ne da könnten wir uns jetzt eigentlich auf die Map schreiben also nicht hier sondern draußen dass es hier noch eine Kiste zu öffnen gibt na bei denen das Haus ist halt genauso eingerichtet ok ja alles wäre raus denn ich verschwinde jetzt also hier müsste das eigentlich gehen ja genau Kiste machen wir mal verschlossen ne obwohl es eigentlich klar ist ah und man kann verschiedene Marker dann nehmen wir mal ähm guck mal denn hier ist vielleicht was na dann können wir da nämlich gucken was wir noch nicht erledigt haben da geht's in den freundlichen Arm na gut da ist ja auch rausgekommen wir gucken aber erstmal dahinter ja und wieder kühl da kommen wir wahrscheinlich gar nicht durch oder kommen wir auf das Feld jeder Neuling euch wird es hier im freundlichen Arm gut gehen solange ihr Bentley und Gelana nicht auf den falschen Fuß erwischt nur ein kleiner Tipp für euch ja wir wollen eigentlich niemanden wer sind denn diese Leute Lana und Bentley sind Mann und Frau sie führen den freundlichen Arm schon lange solange man denken kann Bentley kümmert sich immer um die Bar und das Wirtshaus und seine Frau Gelana ist hohe Priesterin im Tempel von Karl Glitzergold war das die die uns empfangen hat wir sind beide schwer in Ordnung ok naja da kommen wir nicht ja gut dann gehen wir mal hier hinein aber wie wirtshaus sieht das gar nicht aus ich habe hier wie eine Festung ja dann muss man sowieso gegen den kämpfen weil man muss ja da rein und kommt da auf alle Fälle an der Treppe vorbei jetzt liegt die Leiche da immer noch eieieieiei ich speicher mal wohl weiß ich ich mache einen festen Spielstand ähm und wir machen freundlicher Arm man weiß ja nie ob man vielleicht irgendwie falsche Worte wählt oder sowas ich meine manche Sachen sage ich ist halt passiert lass ich so aber bei manchen ist es halt schon ein bisschen blöd hey Freund du das ist pfundig so eine feine Seele zu treffen oh Gott der Dialekt jopi diese versperrten Straßen heutzutage sind wirklich das letzte mein Freund ist in Baldors Tor und ich kann ihn nicht besuchen ja warum sind die Straßen eigentlich versperrt wo wart ihr denn in den letzten Monaten auf den Straßen wimmelt es von Räubern die hinter jedem noch so kleinen Stück Eisen her sind Räubern sind wir ja noch nicht begegnet nur irgendwelchen Viechern und einem Oger und so sicher seid ihr einigen von ihnen auf eurer Reise hierher entkommen das heißt sofern ihr nicht über die Weststraße her gekommen seid wir sind aber über die Weststraße her gekommen was ist denn mit der Weststraße wenn es eine Bücherknappheit geben sollte wäre die Straße nach Kerzenburg die gefährlichste von allen das kann ich euch versichern aber die haben es aufs Eisen abgesehen deshalb machen sie hauptsächlich die größeren Handelsstraßen zwischen Baldors Tor und Ammen unsicher das Wirtshaus hier liegt genau mittendrin ach deswegen wollen sich die Heere in der Mitte treffen jo das ist naheliegend jeder Neuling euch wird es hier im freundlichen Abend gut gehen solange ihr Bär ja das hatten wir schon wir wollen niemanden auf die Füße treten dann ist ja gut freut mich dass ihr nicht so eine Unruheschifterin wie die meisten Söldnerinnen seid ach wen haben wir denn hier der sieht wichtig aus Dorn äh ich glaube ihr verwechselt mich mit jemandem warum belästigt ihr mich dann verschwindet äh äh ein grübelnder Halborg im freundlichen Arm ne hier nicht ähm hielt mich für eine Bedienstete ich war drauf und dran ihm zu sagen wo er seine krummen Zähne hinstecken kann entschied mich aber doch dagegen er sieht wie jemand aus der im Kampf nützlich sein kann vielleicht treffe ich ihn unter besseren Umständen wieder äh ich glaube das ist so einer den man auch mitnehmen kann hier hinten blinkt auch einer schon ganz hektisch seht euch diese Gabeln und Humpen an diese Eisenknappheit kennt mit uns säufern und vielfrasen keine Gnade was stimmt denn mit den Humpen nicht ach die sind zwar aus Eisen biegen sich aber unter dem Gewicht des mageren Angebots in diesem Wirtshaus und der Henkel meines Kruges bricht sobald ich diese Rattenbrühe von Bier auf meine Hose so dass nein so dass die Brühe auf meine Hose läuft ah Nessi bring mir noch eins Nun gut also hat er doch nicht so was wichtiges gehabt und sie hier warum blinken die denn immer haben die tatsächlich dann was entspannendes oder blinken die einfach weil sie nicht wissen wo es lang geht unser Lokal gefällt euch ach das ist die Nessi willkommen im freundlichen Abend ihr hattet wohl eine anstrengende Reise das ist eine Festung hier warum so viele Sicherheitskräfte Bentley wollte aus dem Wirtshaus einen Zufluchtsort für alle Reisenden machen jeder kann sich hier aufhalten aber wir wollen keine Störenfriede in unserem Haus haben hat Bentley das gebaut das sieht so solide aus als hätte es schon immer hier gestanden nein Bentley und Gelana haben das Wirtshaus nicht gebaut sondern nur gefunden sie gehörten zu einer Gruppe Abenteurer so wie ihr es seid in den ersten Jahren nach der Zeit der Schatten als alle Götter auf der Erde wandelten war das Wirtshaus sogar mal die Festung eines mächtigen untoten Priesters von Baal dem Herrn des Todes als der bösartige Priester vom Tod seines Gottes geschwächt war konnten Bentley und Gelana ihn ein für allemal zerstören und seine heruntergekommene Festung für sich beanspruchen ist da eine Geschichte in der Vergangenheit? es ist bestimmt irgendwas wo es eine Geschichte gibt ein Spiel oder ein Buch ja die haben bestimmt schon viele Geschichten zu erzählen das haben sie bestimmt aber dieses Wirtshaus ist jetzt ihr Leben und sie befassen sich nicht gern mit der Vergangenheit ihnen eine Geschichte zu entlocken ist genauso leicht wie einem Huhn einen Zahn zu ziehen es war jedenfalls eine Freude euch kennenzulernen ich hoffe ihr habt einen angenehmen Aufenthalt also sprechen die beiden nicht gern über ihre Vergangenheit mh viele Leute mit wem dürfen wir denn reden? da, guck mal hier, da sieht doch auch aus ist das eine Wache oder sind das jetzt die beiden? Jahera? Ja! Seid gegrüßt, ihr kommt mir bekannt vor obwohl wir uns noch nie begegnet sind ich weiß nicht was ich erwartet habe aber ich glaube ihr seid Gurions Tochter ich heiße Jahera und das ist Kalid das ist sehr sehr angenehm wir sind alte Freunde eures Stiefvaters ist der nicht bei euch? oh ich befürchte das Schlimmste denn er würde es seinem einzigen Kind niemals gestatten ohne Begleitung zu reisen ich habe ganz viel Begleitung Wollte er tatsächlich dahingeschieden sein? dann fühlen wir mit euch Goryon hat oft betont wie wichtig ihm eure Sicherheit ist sogar wichtiger als seine eigene für den Fall dass ihm etwas zustieße hatte er sich gewünscht dass Kalid und ich an seiner Stelle für euch sorgen sollen allerdings seid ihr inzwischen viel älter und die Wahl eurer Kameraden liegt nun in euren eigenen Ermessen wir könnten euch begleiten bis ihr eine feste Bleibe gefunden habt euren Platz im Leben und wir bekommen einen Tagebucheintrag auf diese Weise könnten wir Goryon einen letzten Dienst erweisen obgleich wir zuletzt nach Nashville gehen sollten Kalid und ich wir kümmern uns um die örtlichen Angelegenheiten und Gerüchten zufolge geschehen in der Mine merkwürdige Dinge sicherlich habt ihr von der Eisenknappheit gehört es wäre gut wenn ihr uns helfen würdet es betrifft uns alle auch euch wir sollen uns mit dem Bürgermeister der Stadt treffen Beron Gaskil und da wollen die zwei ja auch hin eure Gesellschaft wäre mir sehr willkommen ich möchte meine eigene Zukunft wählen und Goryons Vergangenheit hinter mir lassen ich finde meinen Weg allein ich bin bereits auf dem Weg nach Gnaschgal meine Begleiter möchten ebenfalls dorthin ja aber ich kann die ja dann auch noch trotzdem mitnehmen die beiden oder ich sag einfach sie sind willkommen sehr gut wir machen uns auf den Weg sobald ihr bereit seid beeilt euch da sind sie da haben wir sie dann packen wir jetzt guck mal die haben sehr viel mehr Lebenspunkte Kämpferdroide ähm dann würde ich sie nämlich mal nach vorne packen ah das geht hier in dem Fenster gar nicht und er und er ist reiner Kämpfer er hat auch eine schöne Rüstung an deswegen packen wir warte mal du darfst und du darfst was ist das denn? unsichtbarkeitstrang mhhh ja 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 ok also dann kommt er jetzt ganz nach vorne dann kommt sie als zweites würde ich mal sagen und dann kann ruhig er da ja er kann da bleiben und dann kommen wir zwei und der ganz hin weil der so jetzt haben wir eigentlich haben die gar nicht so furchtbar viel erzählt außer dass sie eben jetzt mitkommen wollen und wir nach Nashkel gehen sollten das wäre gar nicht schlecht und den freundlichen Arm haben wir abgeschlossen bin sicher im freundlichen Arm angekommen und hab dort Kontakt mit Kalid und Yahaira aufgenommen ok ok dann gucken wir uns hier jetzt mal noch ein bisschen um und dann müssen wir uns ja auch noch um die Hop-Problems kümmern sehen wir eigentlich alles nur so Bürger ich hatte einen Freund der hatte einen von diesen oberklugen Magiern gefragt warum sie nicht ah ja das hatten wir schon die sagen ja nur bla bla ich glaube das sind die die einfach gerade so übersprochen haben oder die so blinken wahrscheinlich kann das eigentlich nicht immer viel passieren mit so vielen Leuten wie viel kann man denn maximal in einer Gruppe haben acht drei vier sechs weiß es gar nicht sehen wir dann was ist man denn da verschlossen wer hätte es gedacht im Moment guck mal da kriegst du das auf oh ja sie kriegt es auch und es sind 20 Goldstücke drin sehr nice guck mal noch hier drüben das ist die Küche oder und Esszimmer oder nur Küche der Koch raus aus meiner Küche ihr macht mir alles kaputt eines Tages werde ich für den Herzog persönlich kochen bei dem im Palast ist wenigstens nicht so viel los da kann man sein Essen noch in Ruhe genießen du sollst es nicht essen du sollst es kochen für die Gäste ja ich glaube das hatten wir schon so in der Richtung jedenfalls nichts Neues ja gut dann gehen wir jetzt mal noch raus mit unseren ganzen Mannen und Frauen oh warte mal es geht noch nach oben eine Treppe ich glaube ich lass immerhin mal alleine hier ein bisschen nicken und schauen das sind aber moderne Sessel ich hab genug davon ja 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 eine hohe oh das ist ja hier richtig edel guck einmal reden wir mal was hat dieses Eindringen zu bedeuten ich zahle gutes Geld dafür nicht gestört zu werden mit welchem Recht stört ihr meine Privatsphäre äh ich hab mich in der Endzimmernummer gehört darf ich euch fragen was euch in den freundlichen Arm führt nö wir entschuldigen uns oder oder sind wir neugierig wir sind neugierig nein ganz sicher nicht das ist meine Angelegenheit und so soll es auch bleiben haut hier ab sonst rufe ich die Wachen ok aber in deine Kiste guck ich trotzdem noch ein oh nein der ist schon wieder verschlossen Zeit dass sie Level ab hat geht's bestimmt viel besser vor allem diese Anfangskisten hier na gut dann lassen wir die erstmal ja die sind alle so schwer vielleicht soll man sie auch gar nicht öffnen ich weiß zum Beispiel in Neverwinter das ist hey kriegt man das da angezeigt ich weiß es gar nicht mehr dass es da durchaus auch ähm Schlösser gibt die gar nicht die gar nicht zu öffnen sind wieso ist das verschlossen das ist doch oben drauf das ist doch das was hier oben drauf liegt und nicht innen die wie der Kasten na ich mach das jetzt immer mal so viermal und wenn es nicht geht komm halt später wieder so ertrappen ja das ist ein bisschen schwierig ich glaube hier müssen wir später nochmal vorbeikommen wenn es dann das Gasthaus noch gibt ach das ist das Meer Bettzimmer für die weniger Betuchten wer redet nicht mit uns immer oben drauf ne ach guck mal hier ich muss überhaupt noch was tragen ok die sind nicht verschließbar von den armen Leuten ne die hier nicht so reich sind uha für einen unserer Kriegers Leute äh leicht ne Wurfdölcher kann sie überhaupt noch was tragen wahrscheinlich schon und dann gucken wir nochmal da rein schön wie sie hier warten oh guten Tag du bist besser in der Stabilität als diese Schreie habt ihr schon gehört es gibt da südlich vom freundlichen Arm so einen ungehobelten Oger der total auf Gürtel abfährt oh den hab ich schon umgelegt er wollte mir entweder meinen neuen Gürtel der Durchdringung oder mein Leben nehmen wollte nicht mal ne signierte Ausgabe von meinem Buch haben hey wenn ihr mir den Gürtel wieder beschaffen könnt dann bin ich euch echt dankbar waha aber das ist ein magischer Gürtel nach den Aussagen einer Zwergenpriesterin namens Anshay hört man wenig südlich vom freundlichen Arm immer mehr von einem spitzbübischen Oger mit einem Gürtel Fetisch er hat nämlich zwei zwei magische Gürtel dabei können wir mit dem andauernden Krach ein Ende machen was macht denn hier Krach wir stehen hier nur rum und hier ist ruhig die Leute schlafen hier Anshay sagt sie sei Schriftstellerin vielleicht schenkt sie mir eine Ausgabe ihres Buches wenn ich ihren Gürtel der Durchdringung wieder finde wollen wir den Gürtel behalten oder wollen wir das Buch haben hmmm das ist die Frage wir sollten eigentlich auch mit denen hier drüben reden mit dem haben wir nicht geredet hey was soll denn das das ist mir nicht die teure dass ich mir nicht die teuren Zimmer leisten kann bedeutet noch lange nicht dass ihr hier reintanzen könnt wann ihr wollt Joach weil vielleicht habe ich ja auch ein Zimmer gemietet ein Bett gemietet ach ich lass euch in Ruhe hmmm das ist mir wieder drohend die Tatsache dass ich euch hier null kann man nichts töten Katten gibt mir sehr wohl das rechte das ist abfällig ich habe in diesem Wirtshaus jede Menge Edelleute gesehen wie könnt ihr euch die Preise hier erlauben nö ich lass ihn jetzt einfach genau ich muss mir die Miete für dieses Zimmer sauber verdienen ok dann haben wir hier noch so einen Fatzke oh Gott die Dialekte habt ihr eine Ausrede dafür dass ihr hier rumlungert wenn ihr nicht zum Betten machen hier seid möchte ich dass ihr geht hmmm jetzt wäre es cool wenn ich sagen würde oh doch ich bin zum Betten machen hier und dann so mhm und dann ist er ganz freundlich und sagt oh ja na gut aus hier ach warum sind die alle so gut verschlossen das wird nichts nicht so wirklich drüben noch na warte wer dann ist erstmal davor oh das sieht aus so droidisch oder so der weiße Baum nee was doch sieht aus wie ein weißer Baum so besonders aus ne da pennt einer aber wenn die schlafen dann können wir sie auch nicht wecken ok dann sind wir hier oben durch geht es noch weiter nach oben oh es geht noch weiter nach oben man kann es ja mal versuchen tatsächlich oh der sieht special aus spreche mal wieder zur Sicherheit also ich weiß noch nicht ob ich den Gürtel eigentlich möchte ich den Gürtel schon abgeben aber wenn der ganz cool ist wäre der Gürtel ja auch nicht schlecht ne denn ich verschwinde jetzt ein Vergnügen sie zu treffen hey ich habe eine klitzekleine Spinnenplage in meinem Keller in Bergost und dann bist du hier ach wahrscheinlich weil er dann nicht zu Hause schlafen mag ich wollte nach Baldors Tor Gift kaufen aber für meine Beine wäre es so einfach ehrlich gesagt ihr erkennt das Haus wenn ihr es seht es steht gleich westlich von windigen Schwindler wenn ihr mir die toten Spinnen als Beweis bringt gebe ich euch 100 Goldmünzen wenn das euch möglich ist bringt bitte auch die alten Stiefel meines Mannes und eine Flasche Wein mit dann gibt es noch was extra für euch würde mich wundern wenn das auch irgendwelche magische Stiefel sind okay eine Gnomin hat uns beauftragt jetzt haben wir aber ganz schön viele Aufgaben im freundlichen Arm ist scheinbar aufgrund einer Spinnen Invasion in ihrem Keller kürzlich von zu Hause geflohen sie hat mir erzählt dass das Haus westlich vom windigen Schwindler in Bergost liegt ich bin zwar alles andere als er picht darauf tote Spinnen zu meinem Gepäck zu stopfen aber ohne sie gesehen zu haben will sie mich nicht entlohnen übrigens hat sie eine kleine extra Belohnung angedeutet falls ich auch die alten Stiefel ihres Ehemanns und ihre Weinflasche bringe ja gut hier muss man wirklich gründlich sein dass man die ganzen Aufgaben findet hier ist nochmal dieser Schrank guckt mal oh der ist offen jetzt bin ich überladen das kann ich nicht mehr laufen das war eine Rüstung aber ich glaube die beiden hier sind ziemlich gut gerüstet für Hera und so für die Gruppe kommen wir mal aber ich kann ja wenigstens hier mal ein bisschen was in die Hand drücken weil die kann ja auch was tragen und ist wahrscheinlich auch ein bisschen stärker als ich das wollte ich ihm geben aber da bin ich zu weit weg aber das ist echt nicht zu weit weg oder habe ich es auf den Boden geschmissen guck mal hier das sind die Gürtel wir müssen mal gucken ob er nach einem Laden da noch ein bisschen was das ist denn das ein Langschwert das wird eigentlich auch mal eine die Kämpfer geben und die Wurfdäuche die gebe ich mal ihm ja prädestiniert oh da kann sie wieder ein bisschen tragen oh da ist ja noch ein noch ein Kasten war der unten auch? joo nächstes Zimmer aber wenn man das nicht sieht dass da noch eine Treppe hoch geht sieht man das alles oder gut Dinge sind drei und anquatschen muss man ja auch alle weil es könnte ja sein dass mal einer wieder eine Quest hat und hier oben ist wieder mehr Bett ups da schlafen sie alle wieder auf jeden Schrank gucken aber die waren wenigstens offen oh Pfeile ja gerne nichts und ein warmes Feuerchen haben sie auch ja der der tut wieder da du 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 ne einfach mal so ohne her der an der Wand was ist denn das ne komm ich da jetzt wieder zurück egal so hm verschlossen ich will auch mal wieder was aufmachen können das kann doch die eine oder andere Kiste da sein die gar nicht so schwierig aufzumachen ist wir haben nur eine einzige aufgekriegt jetzt schlägt da ein Kind oder ist das auch wieder so ein Zwerg oder Gnome so gerade mal gucken was dieses Fall Fallen Tasten ich glaube da gab es einen Knopf den wir tun können Aktionen Fallen Finden Fingerfertigkeit ist das ne Taste zuweisen was wollen wir denn F oder gibt es da schon wieder was anderes F würde doch passen oder aber F ist noch frei ja dann machen wir das doch nochmal F wie Fingerfertigkeit dann muss ich da nicht immer so hin und zurück und bla 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 sondern dann kann ich immer so ein paar mal geht das auch ein bisschen schneller genau hier gut hier ist auch nichts zu holen und da sieht es wieder ganz schick aus oh oh da steht noch einer wird aber langsam Zeit dass du kommst hier diese Kittel müssen bis heute Abend gewaschen und geplättet werden sei besonders mit dem güldenen Pantalons vorsichtig da haben 15 Frauen und ein kleiner Junge aus Kalimschahn zwölf Tage und vier Nächte dran gewebt der arme Junge also achte auf die Nähte hier und poliere mir das hier los an die Arbeit so sehr ich auch immer davon geträumt habe goldene Pantalons zu besitzen muss ich doch bestehen dass ich nicht das Dienstmädchen bin ja verehrter Herr Pantalons bis heute Abend gepresst und gebügelt oder das Frühstück ist gratis mein Herr oh ja das sagen wir das habe ich mir doch bei dem anderen gewünscht das war alles los vorwärts warte mal keinen Schritt weiter oh oh werde ich jetzt angegriffen ach so hier hast du ein paar zusätzliche Münzen mach mir eine Falte rein auf die Papa stolz sein würde wenn du weißt was ich meine los vorwärts und ich dachte schon was sind denn das für Pantalons Pantalons oh die muss ich ja erstmal wahrscheinlich muss ich die entmagisieren Pantalons in einer Qualität die bis dahin weder Mensch noch Tier bekannt war ein sportlicher Schnitt und Tragekomfort der sanft unterstützt und zugleich verwöhnt umschmeichelt eure Schenkel betört eure Waden erfreut euch an goldenen Pantalons noch heute Hosen die ihr mit Stolz eurer Mutter zeigen würdet als Mutter eine forschereiterin und tapfere Kämpferin wäre okay wir können leider nichts identifizieren eher nicht kann sie die nicht so eine Droide ne das kann die nicht ja gut kriegen wir irgendwann mal eine Kiste wo wir Zweck aufbewahren können dies ist gar nicht weil sonst wird es schwierig wenn wir da so Sachen da immer mitschleppen mal schauen ja vielen Dank gut dass ich mit ihm gesprochen habe gut dass wir drüber gesprochen haben ja wir kriegen jetzt nichts auf okay wir speichern mal wir haben eine Hose wir könnten mit ihr eh nichts machen wir haben keine Quest gekriegt ne dass wir das machen müssten sondern wir haben sie halt einfach nachgeworfen gekriegt vier neun okay soll mir recht sein ach das wollte ich gar nicht ich wollte ja nicht nur das Fenster schließen dann kommt mal alle wieder mit ich glaube hier oben gibt es nichts mehr und noch ein zweiter Runder und dann gehen wir mal raus er liegt immer noch da ich tue mein bestes und dann gehen wir mal auf ob goblin jagt wie sieht denn jetzt die map aus okay also können wir hier einmal wahrscheinlich gut außen rum laufen und erkunden und jetzt sind wir ja gut mit Kämpfern mit Nahkämpfern bestückt aber ich wollte doch schauen wenn doch jetzt so Sachen nein ich wollte eigentlich eigentlich müssen wir doch beim Wirt noch Sachen verkaufen können oder weil ich will jetzt den ganzen Kram nicht mitschleppen mal gucken ob der auch so Handel betreibt wie sie alle hintereinander laufen sowieso Handel betreibt wie wie der in Kerzenburg oder ob der nur Bier ausschenkt wir haben noch gar nicht mit ihm gesprochen vielleicht hat er auch was spannendes und da hinten steht auch noch einer ach nee das ist die Schrank blicken immer die die noch was spannendes haben die eine Konversation haben sind nicht viele Reisen hier durchgekommen in letzter Zeit liegt wohl an dem Tovarbu drunten im Süden nun was kann ich für euch tun ja zeig mal was ihr habt schlafen wollen wir nicht mhm 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 gibt's ein Gerücht nööہ müssen wir mehr trinken oder noch jemand anderes was trinken gibt's keine Gerüchte oder müssen wir was Teureres bestellen dann trinke侯 einmal die Traube hier gibt es keine gerüchte also was also ich muss jetzt erst mal hier items und ja erwähnt das ist im süden zu irgendwelchen problemen vorfälle für bändle ja okay das wissen wir schon also da haben wir eigentlich eine info bekommen die ist bloß nicht erschienen wo das ist immer erst wenn man zu macht neben letzten mal stand das in dem fenster drin jetzt gucken wir erst mal ob wir hier sachen schäden können also sie hat schon so eine rüstung er kann dann noch so eine rüstung brauchen eigentlich sind alle schon gut ausgerüstet das einzige was wir machen können aber ich denke mal dass sie ja herr keine beschlagene tragen kann und wenn es so gelb ist heißt es auch dass es der am besten gebrauchen kann der braucht es eigentlich nicht weil er kann sie mal schleppen ihm würde ich gerne ja habe ich ja schon die hand gedrückt also er hat ein langes wert wenn wie acht aber wir können mal gucken wo er seine profession sie drin hat hier lang schwert axt und langbogen aber lang schweiz ist bei ihm halt auch am besten sollte ich ihn eigentlich beim lang schwert lassen würde ich mal sagen dann drücke ich ihm jetzt kein zweihänder oder sowas in die hand und das sein ersatz lang schwert was haben wir noch immerhin hat so viel gelootet dann können die anderen mal was tragen dieses ding drücken auch mal in die hand das ist so schwer und dahin die können weg naja genau und identifizieren ist natürlich spannend hatte sie noch auch nur so zeug was sie verkaufen können ok den kampfschlag kann man nicht verkaufen also hier nicht verkaufen so ich glaube nicht so schwer da die kommen weg damit dann wollen wir hier oder kann ich ein dien geht das im tempel schon gar nicht mehr also er kann es zumindest nicht jetzt nicht verkaufen so das kommt weg die kette ich weiß nicht ich hoffe dass die nicht irgendwie wieso nimmt er jetzt das kurzschwert nimmer kurzbogen kurzschwert langschwert behalten oder das kann man eigentlich auch verkaufen weil gelesen feuer hat wieso können wir dieses kurzschwert nicht verkaufen ist das unser anfangs kurzschwert nie wir hatten ja kein kurzschwert die anderen können wir noch auch verkaufen egal das ist ein zweites langschwert da lassen wir auch mal da gucke er kann die auch verkaufen die waffe will natürlich keiner die kann ich glaube ich einfach so wegschmeißen so ich glaube das sieht gut aus da können wir dann schon weiter ich mache das nicht immer mit dem verkauf ich mache das halt jetzt ihr das immer mit angucken müsst aber hatten wir das nicht gerade schon mal vorfälle besitzen blablabla eisenhandel zurückgegangen gut und jetzt mal aufbrechen und hobgoblins suchen sie müssen ihre runde noch mehr vergrößern bevor sie weiter ziehen können man kann es ja mal versuchen das sieht doch nach hobgoblin aus mal gucken aber glück haben stürzt euch mal drauf eigentlich müsst ihr die droidin ja heilen kann die droidin heilen er ist angeschlagen da steht alles mitten der eine ist schon platt oh ja ihm hier wenn der noch mal irgendjemand trifft dann muss ich den quasi sein den zauber wieder drauf ähm batschen so guck mal wir haben hier guten loot was ist denn das farbkugel die benutzen ja der könnt ihr die sogar benutzen ok Leute hebt mal zeug auf noch können wir das zeug alles mitnehmen und verkaufen denn wir sind ja in der nähe von einem laden gar nicht schlecht das waren aber noch nicht alle ne ob noch mehr hobgoblins aber ich guck jetzt mal was sie für casts hat und tatsächlich sie kann heilen und was ist das zauberverstrickung pflanzen schlingen sich um alle wesen die sich im wirkungsbereich aufhalten dabei versuchen gräser und büsche ja selbst bäume die wesen zu umschlingen und festzuhalten einmal pro runde erhalten wesen einen rettungswurf mit einem bonus von plus drei gegen zauber um den auswirkungen zu entgehen okay gar nicht schlecht und das ist kleine heilung naja das ist gut aber er kann sich selbst teilen er kann ja leachen bei der nächsten konfrontation für die gruppe halt nein nicht allein alle wenn niemand besser geeignet ist da steht schon der nächste also tatsächlich hier so sehr schön verteilt na gut dann darf er jetzt mal seinen zauber her oder hat nur noch einen nehmen sie dann schlafen so kann er sich damit zum heilen oh das sind ganz viele die angst um ihn hier und ihr wo ist doch deine darts sie nur nicht ready okay sind nur fünf die hätten uns nicht so lange aber ja lauf erstmal weg und dann ich könnte mal darts kaufen gibt es auch bestimmt im laden und viele so und jetzt in ihnen noch die anderen bitte ja sehr schön der einem hinterher läuft und die anderen dann so und den dann währenddessen einfach platt machen oh der mal viel verlassen ist das der ring und da ist noch ein edelstein und da ist geld und das noch mal ring ah der ist das ist der ring ich mochte das sonnenlich noch nie ja ja und dann nehmen wir einfach ein paar sachen mit und kann das alles tragen war das schon der letzte da kommen noch mehr er sieht immer noch so krank aus er hat doch seinen seinen zauber gecastet ja eben hat ihn irgendwie nicht so wirklich geheilt wie die sie schon jetzt ziemlich lädiert aus hier also sie könnte sich ja heilen oh ja sehr ordentlich da kommen dann machen wir noch hier so das müssen wir eigentlich resten weil jetzt kann sie nichts mehr casten naja wir ziehen mal weiter vielleicht hat es noch mehr hobgoblins wenn niemand besser geeignet ist einer gruppe hobgoblins immer noch begegnet aber die konnten uns nicht viel machen die sind ziemlich schnell umgefallen und jetzt gucken wir mal nach der dame die gerne ihren ring wieder hätte die war glaube ich hier vorne oder in dem ersten ersten haus wenn niemand besser geeignet ist keine lust okay dann war sie im anderen da in dem ich tue mein bestes so schon wieder abend zack ist es abend zack ist es nacht ihr dürft hier reingehen na auf geht's da rein na auf geht's sag mal Vicky ach ich danke euch diesen ring bekam ich geschenkt als ich allein von zu hause auszog ich könnte es nicht ertragen wenn ich so wenn ihn so ein stinkender hobgoblin hätte ihr habt ein gutes herz das werde ich euch allen sagen werde ich auch allen sagen die mich nach euch fragen euer freundliches getue macht mich krank ja okay dich werde ich sowieso irgendwann mal abwerfen wir haben 400 ep gekriegt aber halt für alle zusammen ne oder hat irgendjemand irgendjemand ja müssen wir ich glaube wenn wir in bergost sind dann sagen wir denen tschüss ich hätte ich eigentlich lieber den anderen dabei vielleicht den ork oder so den ork kämpfer der wäre noch cool hat sie noch irgendwas ja ach ne das ist kalid ach ne die Frau ist weggelaufen ok wenn niemand besser geeignet ist denn eben nicht haben wir hier noch irgendwas zu tun wenn niemand besser geeignet ist wir hätten äh noch das eine mit dem Gürtel den geben wir schon zurück wir sind doch nett kommen wir noch in die Aufgaben wir haben den Ring abgeschlossen und jetzt wäre halt noch wir wollen nach neschkel nicht nach doch in bergost sollten wir uns melden oder und hier das ist jetzt mit dem Gürtelfetisch jetzt gucken wir mal ob wir vielleicht im Tempel oder wo doch noch identifizieren können und ja äh wo sind denn die anderen hallo so gut wie erledigt hallo so gut wie erledigt jetzt wundert mich ja dass die raus dass er rausgehen konnte ohne die anderen normal müssen die doch immer beieinander bleiben oder aber das könnte mir vorstellen dass es teuer wird oder mit dem identifizieren Lüchen äh bleibe stehen dass ich dich anklicken kann also was habt ihr denn da laden die will nichts haben also verkaufen können wir ihr nichts aber sie müsste doch identifizieren oder nicht da ja die kann das auch nicht müssen wir zu irgendwelchen Magiern gehen schade Marmelade die gab es aber keinen wir könnten ja auch eine Runde übernachten dann das schadet uns auch nix okay dann werde ich eine Runde übernachten nein wir geben noch geben noch den Gürtel ab und er liegt immer noch da wir sind freundlich wir werden noch genug magische Gürtel finden ich glaube es war irgend so ein Gürtel der ne was hat er hat sogar gesagt was das für einer ist ähm Gürtel der Durchdringung also ich könnte mir vorstellen dass man dann vielleicht mehr Schaden macht dass er trifft keine Ahnung ich weiß aber dass ich mal einen irgend so ein oberstärker Gürtel hatte und den fand ich richtig gut weil der halt auch ähm ja da konnte man ja auch einiges schleppen wir sind nett wir speichern vorher ab und geben den Gürtel zurück ein seltsamer Kerl nicht wahr äh ihr stinkt ja noch nach ihm gebt euch 10 Goldmünzen für die Wiederbeschaffung des Gürtels und weitere 60 wenn ihr die nächste Badewanne ausfindig macht Badewanne waren in diesen Häusern ne wir haben auch 70 bekommen und 800 EP haben wir Level Up nein noch nicht wünscht mir so ein Level Up okay dann haben wir den Gürtel äh sicher abgegeben wir hätten auch behalten können das wäre an uns gelegen gut dann werde ich hier noch übernachten und dann ziehen wir am nächsten Morgen passt eigentlich weil es gerade Abend geworden ist dann ziehen wir am nächsten Morgen weiter Richtung aber hier wieder keine doch wir haben in der Weltkarte Richtung hier geht es eh nur aber das haben wir nicht getestet wo es hier noch hingeht das muss ich mal noch machen aber das machen wir am nächsten Morgen zu gucken ob es hier noch Gebiete hat wir erkunden können das müsste ich eigentlich jedes Mal machen wenigstens einmal die Grenze anklicken um zu gucken ob es da noch weiter geht wenn ich da ich muss ja nicht rüber gehen ich muss ja nur anklicken und dann sieht man ja ob da was ist muss nicht wandern ich muss nicht reisen also ich denke mal da unten sieht man ja schon Dinge da ganz da unten ist die Mine oder ist die Karte schon zu Ende ein Jahrmarkt ja aber wir sollen ja erstmal nach Perigost das könnten wir sogar von hier aus auch weil wir jetzt das hier dazwischen können aber wir gucken dann erstmal was hier außen noch ist vielleicht ist da auch noch was spannend das ist 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 das